Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Search wir müssen unbedingt unser Zeug wiederfinden und dadurch dass ich so lange nicht mehr gespielt habe weiß ich aber nicht mehr was unsere letzte Abkürzung war die wir freigeschalten haben ich weiß nur wir haben irgendwo was freigeschalten mal dass das hier oben wirklich ich dachte das wäre woanders gewesen das war schlecht gut durch rennen aber hier oben wollen wir leise sein das war es mit unseren 17.000 cool und zwar aber zumindest die richtige Abkürzung aber naja das gehört bei solchen spielen dazu hin und wieder verliert man einfach mal sein leben jetzt muss ich doch noch mal runter er hat mir nicht neue implantate ich habe das schon wieder vergessen wir mit zwei davon das hier habe ich noch nicht bemerkt injektion ist auch eine injektion ich kann immer nur eine injektion tragen das heißt das hier alles funktioniert die ganze zeit gar nicht ach so gut zu wissen oder ich würde gerne aber mehr als eine injektion hernehmen oder gibt es irgendein es gibt eine taste mit der ich injektionen umschalt ich bin offiziell behindert schön dass das spiel auch mal kapieren so was haben denn alles für injektionen vier ist mir auf jeden fall mindestens eine zu viel damit kann ich nicht umgehen mehr aus da das hier verleiht waffen bonus auf elementar schaden weil ich eigentlich auch nicht also ich finde es schon sehr cool hier mehr zu haben so erhöht maximale lebensenergie abhängig von der gern leistung der plus 49 25 28 25 hat er nur bloß 46 ups der plus 49 ok ok dann wollen wir den auf jeden fall was habe ich jetzt weg getan hier wo ich mir dachte das würde ich eigentlich behalten keine ahnung weiß ich jetzt nicht mehr aber wir haben auf jeden fall sechs injektionen und wir haben das langsam machen müssen wir nur daran denken das würde auch irgendwie dazwischen wechseln bis zum wertstoffrecycling was alles das nou nicht mehr die freuen aber könnte natürlich bei dem schnellen vorne interessant werden bei dem wir uns wir uns zu anstellen da bist du das kommt unerwartet dass wir plötzlich zu brennen ja die flammen können uns auch verletzten ganz langsam ok ok ich weiß wo wir sind das verlangsamt und wieder raus ich habe nicht das gefühl dass das irgendwas bringt auch 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 das war heftig der angriff ist allgemein ziemlich unfair so dann wollen wir jetzt noch mal unsere implantate austauschen also das helfe langsam ich habe davon nicht mal wirklich was gemerkt ich habe hier ist nicht vielleicht benutze ich auch falsch ich meine ich habe jetzt kapiert dass es überhaupt gibt so 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 ist mir denke ich so lieber was so 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 Aua, was war das denn? Warum haben wir nur noch 5? Wir schon wieder nicht. Hallo. Achja, wie schön. Dann muss der ja gleich nochmal nachladen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das kann es doch nicht sein, diese dummen Flammenwerfer Typen. Achja. Ich merke schon wieder, heute läuft es wieder super gut. Jetzt haben wir 6 Injektionen. Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Ja. So, aufhören. Der Angriff ist so krass. So, haben wir es dann mal ihr. Das muss ich aber gerade sagen. Oh. Boah. Es gab, dass das uns keinen Schaden gemacht hat. Okay. Komm hoch zu mir. Schätzchen. Nicht. Schätzchen. So, der als hinterher kommt. Schätzchen. Schätzchen. Hier ist die Drohne. Hier ist die Drohne. nervig warum müsstest du die einzige die auch funktionieren was warum genau sind wir jetzt gestorben ich merke schon ist der erfolgreichste part überhaupt ich kapiere nicht mal warum ich plötzlich stehe sind immer die typen ich krieg doch keinen schaden wenn die mich anschließen oder ich sehe es halt nicht konzentriere mich auf die typen nicht auf auf ok Okay. Du meiner Hund, komm doch nicht her. So, nichts gedroppt. Hier langsam vorbeischleichen, weil den muss ich jetzt nicht haben. So, okay, also irgendwie so ein bisschen Schaden kriegen wir schon. Wegen, ich weiß nicht mal was, Begiftung oder so. So, wir hallen uns voll. Für den seltsamen Haut auf. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So. So. So, okay. So. So. Wir haben es geschafft, Leute. Wir hatten einen ganzen Part gebraucht. So. 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 Can we go. Okay... Komm her, hübscher! Okay, dann hallen wir uns halt doch normal. Das schaut viel zu beabsichtigt hier aus. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich könnte schon da drauf, aber das kann ja auch nicht so das wahre sein. Hm... Seltsam. Ich zerarsch mich nicht schon wieder ihr. Die in dünnen Gängen werden verboten. Das ist wirklich ne Sauerei. So... Wie es aber weitergeht und wo vor allem, sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn das jetzt nicht die spannendste Folge war wahrscheinlich. Dafür haben wir einen schwierigen Part geschafft. Wir sind gut weitergekommen in dem Sinne. Und... Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Tschüss, bis dahin! Tschüss! 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 Tschüss!